Ich habe aber den schönen Gang hier gebaut, mit den Bäumen und so. Hier wohnt... ...Stöffel. Ja, weil Stöffel, kennst du den Insider mit der Windmühle? Mit mir und Tom? Irgendwas ist da, ne? Ja, und Steffi kannte den nicht und hat so gehört, hey Windmühle, gute Idee und jetzt baut sich hier eine Windmühle. Oh. Fucking Creeper, ey. Ich habe doch mal den letzten Server, den wir zusammen mit Nils hatten, da habe ich doch mal eine riesen Windmühle gebaut, oder? Du hast eine Windmühle gebaut? Echt? Ja, da ist doch Tom dann drin und dann sind zwei Creeper da explodiert, während ich und da ist Steffi gestorben. Ach ja, stimmt, das war auf dem... Ja, ja, das stimmt, das war auf dem alten... Nein, du bist jetzt nicht gestorben, oder? Alter, was war das denn? Hä? Wo bist du gestorben? Warum? Oh Gott, Entschuldigung. Wo ist der denn gestorben? Wo ist der denn gestorben? Der hat... Der hat mich einfach geschubst. Der hat... Das war nicht nötig. Das verstehe ich jetzt nicht. Ne, ich auch nicht. Da ist ich auch nicht. Kürzbarkastchen. Da hat er mich einfach gottlos geschubst. Wahnsinn, ey. Das Gebrache. Au. Da sind viele Monster bei dem... Alter. Huch! Da kommt der Villager her. Der Villager? Der Villager? Der Kollege kann gerade von meinem Torf auf mich zurückkommen. Ja, sehr gut. Alter, was ist denn das eigentlich mit diesem Regen? Ich arbeite dran. Okay. 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 Sehr gut. Was ist los? Oh, Ferrari ist down! Erstmal ist es down. Ne, Ferrari. Ferrari ist down. Der Villager. Was ist das? Alter. Diese fucking Flieger. Jan, ich muss dir noch was geben. Guck mal kurz. Wo bist du? Bei mir oben. Haben wir einen Balkon. Oh. Ich hatte gerade dieses Schlafviech da runtergejoinkt. Was? Ach so. Ne, jetzt mach mal Tag, Alter. Und mach mal den Regen aus. Kommt sofort. Oh Gott. Hier fängt gerade ein bisschen was hier an. Ich bin beschäftigt mit greifen Zombies an. Was? Was ist los, Alter? Es ist super weird von hier. Mit meinem Schilder. Ja, das interessiert mich jetzt aber auch. Moment, ich komm jetzt auch ein bisschen. Nein, warte mal. Ich schieb dir ein Foto. Es sieht super weird aus, weil diese Kristalle da oben drauf sind. Guck doch doch mal. Ist mega komisch. Hm. Siehst du, das ist auch Tom. Die, die, die flären so rum. Ach lol. Ich glaube, jetzt habe ich es auch, ja. Oder? Ach guck mal, jetzt sehe ich es. Ich weiß nicht, jetzt. Was ist das denn jetzt? Was war das denn? Was ist passiert? Ich habe nur was knallen gehört. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Äh, warte. Was? Was? Ist blitz eingeschlagen? Ah ja, moin. Da ist ein Lied von dir. Alter, Jan, haben wir Glück gehabt. Alter, der Nächste steht noch. Also zum Glück. Der Nächste, du hast mich berührt, lol. Oh, der Hammer. Sehr gut. Mann. Ich habe nur gesagt, wir sollen das testen. Mann. Bist du sicher, dass das acht Blöcke waren? Das ist ja mega wenig, hä? Willst du selber nachzählen? Hammer. Die hätte ich höher platziert. Der hat jetzt echt was gemacht. Müssen wir nochmal per Hand dran. Ach du, das ist doch mal ein Arsch. Ach du nein... Jetzt siehst du den Bug, ne? Ach, Leute. Jetzt sehe ich ihn halt wirklich. Ja, moin. Wer hätte das von acht auf sechzehn erhöhen sollen? Scheiße. Jan, bist du da? Oh nee, ich glaube, der ist gerade... Oh, der ist glaube ich gar nicht gut drauf. War jetzt ein bisschen peinlich, weil eigentlich sollte das komplette Ding hochgehen. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Wir hätten echt eine Testsprengung machen müssen. Das war echt so ein Furz, ey. Oh, shit. Also ich muss sagen, eine Sache hat funktioniert, aber es ist weg. Hat jemand ein Stück Eisen im Inventar gerade? Ja, ich habe sogar mehr. Mal eins. Ja. Oh, ich glaube, der ist gerade richtig best. Nö, der hat doch gerade noch gelacht. Ja, ich glaube, dann hat er reguliert, was passiert ist. Oh, jo. Jan. All I want in a tree. Oh Gott, Alter. Vor allem. Oh nein, das kannst du... Ja, okay. Hätten wir nochmal üben müssen. Hätten wir nochmal üben müssen. Vor allem. Ja. Naja. Okay. Wo ist er denn? Warte mal. Wo ist er denn? Alter, das ist es auch. Das Loch ist aber massive. Änden wir nur müssen höher platzieren. Wo ist er denn? Ist er oben? Die sehen dich. Er ist aber schon noch im Server, oder? Ja. Schade. Oh, Toyota ist auch raus. Ich finde, es hat sich aber gelohnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat sein Boot angezündet. Was war ich? Alter. Was? Warum? Tartarius. Feuerzeit. Warum? Warum hast du... Tartarius, auch da nicht noch mehr auf dem Kessel. Hä? Warum hast du denn sein Boot angezündet? Das war doch nicht der Plan. Alter, Tartarius. Wenn das eine nicht klappt, hallo? Jetzt brennt bei Steffi auch. Alter. Okay. Ja, äh, Tom. Krieg's für ein Battlefield 1. Jetzt geht's los. Hast du auch bei Steffi das angezündet? Jo. Ähm. Okay. Ja. Jan? Er ist weg. Also, er ist nicht muted, aber er redet nicht. Naja, das ist mir auch aufgefallen. Wolltest du sagen? Ich mein, wenn schon, denn schon, würd ich sagen, oder? Wie, was, wo? Nee, nicht übertreiben. Hä? Du hast Steffis Zeug angezündet. Das stimmt ja gar nicht. Guck mal, ob du in den Baum anzünden kannst. Jetzt interessiert's mich mal. Schon auf dem Weg. Hast du kein Essen? Brauchst du Essen? Nee. Alter, als ob er jetzt nicht mehr mit uns redet. Was soll das denn? Das Ding ist sogar feuersicher. Wow. Weißt du, was mich interessieren würde, Darius? Was soll? Ist unser Hausfeuer sicher? Nein. Naja gut, viel brennt nicht weg. Also, viel wird nicht abbrennen. Meinst du? Der Boden steht da noch. Probier das mal. Vorsichtshaber. Ey, jetzt hast du noch die Chance. Ich zieh gleich das Backup los. Ja, Jan. Ja, wenn du nicht mit uns reden willst. Okay, dann. Keine Sorge. Wir haben ein Backup. Das ist gleich wieder am Start. Ach, ja, ich weiß gar nicht, ob er zuhört, deswegen. Ja. Hät gerade zu dir. Der klatscht sich jetzt. Das wäre lustig. Warum denn nicht? Hät er gleich mit dir vor der Tür stehen? Warum denn nicht? Es war nicht meine Idee. Na ja, zu mir ist ein bisschen weit. Na gut, aber dann hätt er gleich zwei. Alter, der... Oh Gott. Wo ist er denn? Alter, was soll das denn jetzt? Was denn da? Ach, come on. Counter Terrorist win. Leider wirklich, ne? Scheiße, ey. Das sieht aber schon cool aus. CP'n halt. Schick das mal Steffi. Nein. Nein. Eins, bieb mir. Nee, nee, nee. Das habe ich heute wieder verpasst, ey. Ich habe wieder keine Nachricht bekommen. Ja, TP'n doch mal. Oh, das ist ja. Ja, TP'n, man. Oder habe ich den Namen unten gesehen? Warte. Nee. Ja, TP'n. Wo bist du? Ich bin beim Nexus. Ich stehe bei Stöffel. Ja, Jan, ich würde es dir gerne erklären, warum und wieso, aber wenn du nichts sagst, dann... Das hat ein bisschen Craft-Attack-Vibes gerade. Wie Trimax mit dem Feuerwerk, wo dann einfach TNT unter seinem Haus war. Ja, ich weiß ja nicht, ob... TP'n halt einfach. Mach doch einfach. Als ob hier doch jetzt irgendwas wichtig ist auf der Version hier. Alter, wie das aussieht. Er ist auf K. Ist er wirklich weggegangen, weil er pisst ist? Finde ich unwahrscheinlich. Dann mache ich... Lade ich jetzt mal das Backup hoch. Ne. Ah. Was ist, ich bin nur selber angezündet. Oh. Das hat jetzt aber schon meine Brandlust ein bisschen gestillt. Ich finde die Welt ja so schön. Ich habe sie jetzt einmal verbrannt. Jetzt ist es eigentlich gut. Okay. Ja. Dann mache ich Aufnahmen auch raus. Ähm. Ich schreibe ihn mal. Oder ich rufe ihn an. Ob der jetzt antwortet. Komm. Ich rufe ihn mal. Mein Problem war, ich habe auf die Druckplatte gedrückt und denke mir so, ist doch gezündet. Ja, also es war ein bisschen blöd. Ich fand, ich war aber sehr gut geplayt dadurch. Sehr gut geplayt. Ja. Und dann habe ich gesehen, scheiße, wir brauchen einen Repeater, der Weg ist zu lang. Dann habe ich das erste Mal dir getextet. Ich rufe ihn an. Habe ich zwei langgesetzt. Ja, als ob der herangeht. Ja, safe. Safe geht an. Ach, come on. Self geht der Run, self. Loll, er ist gegangen. Ja. Der wird sich jetzt erst mal wegziehen. Also der wird sich jetzt erst mal zurückziehen. Entweder morgen wieder da oder heute ganz, ganz spät. Das ist meine Prediction. Das ist eine schöne Begrüßung, bevor er irgendwo hingeht. Jetzt ist er genau da, wo er hingeht, pisst. Naja, äh. Das war unser Troll. Äh, er hat funktioniert. Also anfangs nicht, jetzt schon. Äh, weiterer Verlauf bleibt abzuwarten. Gut, gut, gut.